Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zu einer lange nicht gehabt Shopping-Tour. Ihr seht, ich habe schon ziemlich viel hier hinter mir aufgestellt, damit ich einfach selber einen Überblick habe und nicht einfach nur einen wilden Haufen vor mir. Und ich würde gerne beginnen mit, ich glaube, dem neuesten Zeug davon. Das ist zeitlich ganz blöd gelegen, weil als ich von den deutschen Sachen weg war und in US eingestiegen bin, hatte ich da natürlich eine Lücke von 6 Monaten und das wollte ich mit dem deutschen Zeug auffüllen. Das habe ich auch so gut wie, aber einige Serien, da sind halt wirklich die US-Ausgaben, die ich mir ja irgendwann natürlich gezwungenermaßen ankaufen würde, auch aus diesen 6 Monaten Lücke, die sind so verdammt teuer. Und dafür habe ich zwei Beispiele, wo ich jetzt mittlerweile, muss ich gestehen, Glück hatte. Zum einen natürlich die Immortal-Hulk-Serie. Mann sind die teuer. Ich hatte jetzt Glück, ich habe bei eBay ein, ja, Convolut kann man ja dazu gar nicht so sagen. Der gute Mann hatte die Nummer 1 bis 20 mit Ausnahme der 5. Hier übrigens die begehrteste Nummer daraus, die Nummer 2. Ich habe in die Serie noch nicht reingelesen. Ich finde, sie ist optisch unfassbar ansprechend. Aber da ich die Hefte nicht hatte, konnte ich halt nicht reinlesen. Und da habe ich mir auch direkt den deutschen Band gespart, die 3. Und der junge Mann hatte das Angebot, ja, ich will nicht sagen falsch eingestellt, aber wenn man Immortal Hulk verkauft, dann sollte man auch das Immortal dazuschreiben und nicht nur Hulk 1 bis 4 und 5 bis 20 oder so ähnlich war das Angebot. Von daher, ja, hätte man wahrscheinlich noch mehr an Geld rausschlagen können. Das war die 4. Genau, ich glaube, die 5 habe ich jetzt hier nicht bei, weil sie nicht im Angebot war. Zufälligerweise hatte ich die 5 nämlich auch schon. Das war mein persönliches Glück. Es gab nämlich, als ich im Comicroom schon mal ein bisschen geguckt habe, ob es da noch irgendwas gibt, weil die Preise waren da schon hoch. Da hatten sie nur noch die 5. Die 1 als Third Print, die habe ich mitgenommen. Und ich glaube, die 10. Und ab 11 war ich dann sowieso dabei. Die doppelten Ausgaben habe ich jetzt auch direkt verkauft bei Facebook. Bin ich direkt losgeworden zum Glück. Von daher, alles gut gelaufen. Ich habe für diese 1 bis 20 mit Ausnahme der 5,76 Euro gezahlt. Das hört sich viel an, klar. Aber wenn man bedenkt, dass allein die 1 und die 2 zusammen schon so viel wert sind, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, dann passt das schon. Ich bin echt happy, die zu diesem Preis bekommen zu haben. Ich kann auch dazu sagen, ich habe, als das Gebot dann ablief, mein Maximalgebot festgelegt auf 104. Das wäre für mich die oberste Schmerzgrenze gewesen. Das ist die 1, die hatten wir schon. Und darüber wäre ich nicht gegangen. Deswegen war ich... Also ich hätte sie auch gern für weniger genommen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es aufgrund des falschen Titels so hoch geht. Aber ist es leider. Aber ist trotzdem ein guter Deal für mich. So, ähnlich sieht das aus mit Venom. Die ist nicht ganz so teuer, die Serie. Aber auch hier bin ich erst mit der Nummer 9 oder 10 reingekommen. Heißt, auch da fehlen mir die wertvollen Ausgaben. Oder fehlten die Nummer 3. Okay, die anderen sind nicht so teuer. Also bei Hulk wirklich 1 bis 10. 1 und 2 besonders teuer. Und die anderen sind auch noch über einem 10er. Von daher, ja, hier 1. In dieser... Es war nicht mal eine Auktion. Es war ein Sofortkaufangebot, was ich gesehen habe. Es war für 20 drin. Ich habe direkt einen Preisvorschlag für 18 gemacht. Und habe dann die Nummer 1 bis 16 für 18 Euro bekommen. Mega. Hier muss man sagen, das ist nicht alles First Print. Ihr seht das schon hier in der Nummer 1. Ich glaube, das ist der 5th Print. Also die 5te Auflage. Es ist wahnsinnig vieles da gab. Ich glaube, das zieht sich so durch bis zur Nummer 6 oder sowas, dass es nicht die erste Auflage ist. Die 2 hatte ich auch schon vorher in der anderen Auflage. Die Nummer 3 hier, das ist die Key Issue. Bei Hulk übrigens auch die Nummer 9 Key Issue, wo der Absorbing Man noch drauf war. Auch hier bin ich natürlich noch nicht in der Serie drin. Habe mir da auch nicht die deutschen Bände gekauft. Da ich wusste, da will ich auf jeden Fall die englischen irgendwann holen. Witzigerweise sind hier diese Prints. Ich glaube, sind das beides... Thirds? Ja, beides drittes Print. Die sind teurer als Second Print zum Beispiel. Allein aufgrund dieses Charakters. Ist das dieser Knull oder wie der heißt? Wie gesagt, ich bin da noch nicht drin. Von daher. Aber sie soll ja super sein. Und auch die nimmt mich optisch auf jeden Fall schon mal mit. Nummer 5. Nummer 6. Ich hoffe, ich habe die Dinger jetzt lang genug reingehalten in die Kamera. Die Routine ist ja ein bisschen flöten gegangen. Die 7 auch als Variant. Das finde ich auch nice, aber nicht so überzeugend. Und dann sind wir noch bei der 9. Genau, die 8, die hatte ich schon. Und die 9... Warum? Ah ja, die 8 hatte ich auch mal beschädigt nach dem Comic Room für 2 Euro rausgefischt. Und die 9 ist auch noch ein bisschen mehr wert. Die hatte ich dann auch noch nicht. Und die ist natürlich auch super cool mit diesem Cover. Jo. So. Bloß nichts fallen lassen hier. Das wäre ja Absturz. Das so zu den neuen Geschichten. Dann wurde mir vor etlicher Zeit mal empfohlen. Da hatte ich die Review gemacht. Nicht zu Tod von Superman. Sondern danach gab es bei Carlson noch ein Sonderband. Nenne ich ihn jetzt einfach mal. Superman Sonderband. Der nur Doomsday hieß. Was aber noch eine Folgegeschichte war. Superman Hunt and Pray. Oder so ähnlich im Englischen. Drei Teile. Auf jeden Fall Prestige. Und den fand ich auch richtig klasse. Und da hat mir einer darunter geschrieben. Da gibt es noch was. Aber nicht auf Deutsch. Und das gibt es auch mittlerweile noch nicht auf Deutsch. Superman The Doomsday Wars. Auch von Mitte, Ende der 90er. Und die habe ich jetzt auch bei Ebay bekommen. Dieser Verkäufer hatte die drei Bände hier. Das sind alles Prestigesachen. Und noch zwei weitere Sachen. Die damit jetzt nichts zu tun hatten. Aber über Doomsday handelten. Die hatte der zusammen für ich glaube 25 oder so im Angebot. Und da habe ich ihn angeschrieben. Du, ich brauche eigentlich nur diese Doomsday Wars Sachen. Ob er mir die dann halt jeweils für einen Firmwahl geben will. Und das hat er gemacht. Das fand ich auch super nice. Habe ich 15 Euro plus den Versand gezahlt. Und kann jetzt auch diese Doomsday Geschichte für mich wahrscheinlich ein bisschen abschließen. Und dann bin ich ja eh schon mit Dino weitergegangen. Und ich glaube das ist so eins der. Abgesehen jetzt von den ongoing Sachen. Das sind ja auch nicht mehr so viele. Zwischen Tod von Superman und der Dino Serie. Wo ich dann sagen kann. Okay zumindest Doomsday ist dann gefüllt. Und dann die ongoing Sachen. Das wird wahrscheinlich noch ziemlich lang dauern bis ich die bekomme. Wo wir gerade bei Tod von Superman waren. Da knüpfe ich auch nochmal schnell an. Denn The Man of Steel 18. Das habe ich jetzt stellvertretend hier reingebracht. Der erste richtige Auftritt von Doomsday. Tod von Superman habe ich jetzt bis auf vier Ausgaben komplett gemacht. Als US in der letzten US Bestellung mit Flo und Micha. Also Comics und Atomics Comics. Und das ist neben Nightfall jetzt das zweite große Event. Was ich auf jeden Fall komplett US machen wollte. Auf die Schnelle. Und mir fehlen halt noch vier Hefte. Die hat aber der gute Walter für mich zurückgelegt. Und deswegen bin ich dann da auch gut Berlin. Hätte ich eigentlich auch jetzt hier im Rahmen von The Doomsday Wars noch vorstellen können. Aber gut. Und man connectet nicht so schnell mit seinen Heften, wenn man hier steht. The Incredible Hulk Future Imperfect ist eigentlich auch ganz schnell und einfach erklärt. Peter David dran. Hulk gegen Maestro. Wollte ich jetzt auch unbedingt auf Englisch haben. Erstens, weil ich mir sehr, sehr viel von der Story erhoffe. Und zweitens, weil das war mein letztes Taschenbuch. Ich hatte die Haik-Taschenbücher schon an Paladin von Thür verkauft. Aber das hatte ich zurückgehalten. Weil diese Story wollte ich nicht unbedingt abgeben, bis ich diese Sachen habe. Von daher kann ich die jetzt auch oder das Taschenbuch jetzt auch ruhigen Gewissens abgeben. Weil ich die US-Ausgaben besitze. Nicht ganz so schön. Postbote war wieder ganz schlauer reingeknüllt in den Briefkasten. Sie haben ein bisschen gelitten, aber es ist noch okay. Von daher, ich habe sie. Ich bin einigermaßen glücklich. Alles in Ordnung. So, dann habe ich noch meinen Lieblingsspielplatz, die 90er. Zurzeit. Also das ist jetzt auch wild rausgegriffen aus den letzten Monaten. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr, aber das war das Erstbeste, wenn ich das so flapsig sagen darf, was ich gegriffen habe, neben den Hulks. Die wollte ich auf jeden Fall zeigen. Die sind jetzt erst angekommen. 90er fülle ich gerade so ein bisschen auf. Serien, die in Deutschland auf jeden Fall keine Fläche hatten. Aber auf jeden Fall mindestens mal durch Cover geglänzt haben im Englischen. Die Shazam-Serie, die glaube ich bis in die 40er ging, bin ich der Meinung. Nummer 1, ganz, ganz tolles Cover. Habe ich ungefähr bis zu 20 voll, mit Ausnahme einer Nummer. Und dann zeige ich euch noch das schöne One Million Special. Da bin ich gut dabei. Sind aber ein paar Ausgaben, die so 5, 6 Euro kosten. Von daher kann das noch ein bisschen dauern, bis ich da wirklich weiterkomme. Von innen sehen die schrecklich aus. Das kann ich auch dazu sagen. Ich erhoffe mir da so ein bisschen 90er Charme. Und diese Zeit liegt mir einfach, dass mich das sowieso ein bisschen umhaut, ohne dass die Zeichnungen jetzt ihr weiteres dazu tun. Dann habe ich noch Starman One Million. Da bin ich auch sehr gut unterwegs. Habe wirklich ein paar günstige, gute Konvolute gefunden, wo ich sehr, sehr viele Hefte auf einmal ergattern konnte. Und das würde ich auch gerne so schnell wie möglich lesen. Will die Serie aber erstmal voll machen, bis ich da ansetze. Da fehlt mir gar nicht mehr so viel. Ein viel besserer Zeichenstil. Gar nicht mal so unähnlich zu Shazam, aber viel düsterer. Und das wirkt einfach viel besser. Gibt 80 Nummern, glaube ich. Plus noch, ich glaube, eine Miniserie, die ich auch habe. Was noch? Die Nummer, die Nullernummer. Ja, da werde ich auf jeden Fall genug zu lesen haben. Also an Lesematerial die nächsten Monate. Wie ihr wisst, mangelt es mir eh nicht. Daher, ja. Das ist erstmal so das, was ich jetzt für den Moment rausgekramt habe. Vielleicht mache ich die nächsten Tage noch eine Folge. Ich habe ja nichts Deutsches mehr, was ich euch zeigen könnte in der Regel. Von daher hoffe ich, ihr seid auch mit den US-Ausgaben zufrieden. Weil waren ja schon ein paar Schätze dabei. Muss ich so sagen. Und wir sehen uns. Haut rein.